So, nach dem Tutorial spielen wir jetzt die erste Runde zu zweit. Hallo Maria nochmal. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Jetzt muss ich gerade gucken, jetzt hat er irgendwie mein Spiel so komisch umgeschaltet. Ah, jetzt war ich nicht mehr richtig im Vollbild. So, ich bin bereit für die Schnellsuche. Ja, das ist der Madin. Das ist der Madin. Genau. Du möchtest Genji spielen? Mhm. Du bist so ein Genji-Fan, ne? Fangirl. Ja, jetzt hätte ich irgendwie Bock, den auch mal so zu spielen. Wahrscheinlich zack ich richtig hart. Hast du ihn zuletzt ja irgendwie in Hotz gespielt, deswegen, ne? Ja, ganz viel in Hotz gespielt. Dann spiele ich einen Support oder einen Tank, eins von beiden. Mhm. Ich bin gespannt, dass man... Das war ein allererstes... Das war ein allererstes Spiel. Ich glaube, das zacken wir jetzt mal richtig. Nein, das wird super. Das war ein allererstes, tatsächlich mein allererstes Overwatch-Spiel jetzt, eine allererste Runde. Okay, ich habe bei mir auch, okay. Äh, was ist... Ich weiß nicht mal, was da für Fähigkeiten... Also, ich weiß gar nicht mal, wie diese Fähigkeiten funktionieren. Ach, das kriegst du ja auch schnell raus. Mercy ist nicht so schwer, du bist im Tutorial eben angeschaut. Die kann heilen und Damage-Boost verteilen und Leute wieder auf... ...wecken. Achso. Oh, ich bin bereit. Ich glaube, es ist du. Ich habe irgendwie nur zwei Fähigkeiten und ich kann irgendwelche Schuriken durch die Gegend ballern. Ich passe auf dich auf, hat Mercy gerade gesagt. Dann supporte ich dich mal. Äh, diese Schwertfähigkeit ist... Oh, lol. Ich kriege einfach ein Stück mit Schaden. Ich heile erst mal den Dicken hier. Meinst du, die sind auch Anfänger? Ja, das Matchmaking, wenn es gut funktioniert, sollten das auch Anfänger sein. Boah, das ist ganz komisch, diese First Person. Ah! Der greift nicht an, der Fucker. Oh, der hat mich voll tot gemacht. Nein! Ich glaube, das Gäntgen wird... Ah! Die Sau. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ja, Killcam. Killcam, mein Arsch. Ich muss weiterspielen. Ach, da oben. Wiederbelebung. Ich muss erst mal voll auf den Klarkommen. Also, die Schuriken machen ja gerne gar nicht so viel Schaden. Und wenn du direkt so vor denen stehst... Alter, fast hier steht dann auch so unglaublich viel Schaden. Und der, äh, mit der Shotgun. Ah! Läuft, läuft bisher! Ich hab's überhaupt ausgewählt. Ah! Ja, ist klar. Ich werd die ganze Zeit mit ihm weggeworzt. Schön. E-Schüsse reflektieren. Eine Black Widow. Alter, we... Habe ich sie überhaupt so? Dann werde ich das so testen, Leute. Nicht nur verzeihen. The first game. Ich muss jetzt gleich selber mal die Headshots... mit meiner Pistole verteilen. Glaube ich. Alter, macht der Schaden. Das ist doch nicht normal. Ich spiele ich gleich auch den Typen. Der ist ja okay. Du solltest nicht für uns mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Der blitzig ist... Der ist bestimmt relativ einfach. Der ist schon ein Typ. Wie? Vor allem die sperren uns da voll an. Ist das dieser Totenkopf, Heino? Ja, genau. Von dem spreche ich. Das ist, glaube ich, so ein Edge-Lord-Held. Mit Leertaster habe ich... An der Wand im Klettern. Ach, haben wir schon verloren. War das jetzt ein richtiges Spiel? Was war das jetzt? Ihr seht, Profis am Start. Vielleicht müsstest du auch so einen Tank nehmen. Ja gut, stimmt. Wenn jeder selber auswählen kann. Da steht ja auch keine Tanks. Wenig defensive Helden. Also sind wir schon... Nee. Sonst sind wir vielleicht so einen Dicken. Einen von den Tanks da. Oh, der Dicke. Wer ist denn hier dick? Das sind die vorletzte Kategorie da. Nimm mal Schweinemann. Nimmst du den Roadhog gleich. Der hat so einen Hook wie der Patsch in Dota, glaube ich. Ja, deswegen so Hooken ist irgendwie schon cool. Ah, okay. Ah, oho. So. Nimm, 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 nimm. Nizi. So. Wieder auferwecken kann ich heute auch. Kann man auch irgendwie schnell rennen. Mit Shift kannst du das. Mit der linken Shift-Taste eigentlich. Also eine Variante jeweils. Wie kann ich denn so Sachen hochklettern? Ich habe irgendwie gelesen, man könnte Sachen irgendwie hochklettern. Ich weiß nicht, ob es mit dem Dicken auch geht. Gute... Ich glaube, das kann nur Genshin. Vielleicht sehr zu dick. Wie du weißt. Oh, mein Gott. Ich bin gerade auf den Tisch gefallen. Oh, voll die Weihnachtsmusik bei mir gerade. So, sieben Sekunden geht es los, oben steht es. Verteidigungsposition. Was kann der Schweinemann so besonderes? Du machst das bestimmt jetzt ganz gut. Ich hock die einfach alle ran. Ja. Ich bin denkig. Oh, mein Gott, bist du schon tot? Du bist doch so dick. Ich habe doch gesagt, ich gehe voll rein. Boah, es ist ungewohnt. Also man muss sich echt erstmal an das Spiel hier gewöhnen. Und der ist so langsam. Spot-Bewegung macht mich nervös. Der ist verfolgt. Kommt in welchen Arschgeigen. Oh, nein. Du solltest jedes Mal kämpfen bis da ab. Au. Ah, okay. Bin ich ganz sicher, ob wir alle unsere Rollen richtig spielen. Aber das wird schon. Na, ich bin hart und verkacken euch. Dann hast du auch gerade gehauen, oder? Das sah ganz gut aus eigentlich. Ich muss erstmal echt drauf klarkommen. Kann ja nicht so schwer sein. Schneller, lauf! Jetzt muss ich da schon wieder hinlaufen, damit ich nicht mehr sterben kann. Das mache ich auch mal als Schaden. Das kommt ja alles nichts hier. Wir haben einen Punkt verloren. Wir haben einen Punkt verloren. Alter. What the fuck? Hinter uns ist einer! Hinter uns ist einer! Hinter uns? Ah, ich bin verfolgt! Gott, ich komme gar nicht klar auf die Ansicht. Also, first person. Ah, fuck it! Wenn ich alleine bin, bin ich immer ein bisschen gearscht, habe ich das Gefühl, mit meiner kleinen Pistole. Jo, ich habe das Gefühl, ich mache keinen Damage. Ich weiß nicht, ob der so gut Damage macht, der Roadhog. Alter, also ich habe das Gefühl, unser Team stirbt so die ganze Zeit. Irgendwas ist jetzt da oben mit der Fracht, die wir aufhalten müssen. Ähm, ja. Und es sieht relativ gut aus für die. Oder du hast eine Shotgun, also keine Waffe für den Fernkampf. Ah, oh, ah, oh. Au! Und was ist jetzt mein Ulti? Was ist das jetzt? Ich bin so lustig. Noch verstehe ich nicht ganz, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mega gefordert. Ich habe das Gefühl, unsere Gegner sind voll gut. Das habe ich auch. Irgendwas machen wir verkehrt oder die Gegner gut. Also, vor allem, weil ich die Tank bin. Ich bin so schnell tot. Und ich, äh, was? Ich bin nur tot. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir killt sind. Okay, hier müssen wir diesen Punkt verteidigen. Au, au, au. Boah, Michi, ich bin gelähmt. Warum? Und mir. Boah, ich... So, was ist denn? So, alle kaputt heilen. Ich bin so... Wo ist er denn mit diesem Sumogebob? Ich habe einfach irgendwelche Leute. Oh Gott. So. Oh Gott. Ja, 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 aber das wird jetzt schon was, glaube ich. Das verteidigen wir hier immerhin. Dann können wir bestimmt... Ja, Genshin. Können wir das denn irgendwie umdrehen? Ja, das haben wir gesehen. Das ist voll chill. Yes. Also, ich glaube zwar, dass wir es trotzdem verlieren, aber... Und ich heile alle. Wiederbelebung ist noch auf Cooldown, deswegen kann ich ihn dann auch nicht hinstellen. So, wir müssen noch ein bisschen zusammen. Ich glaube, es war hinter... Ah, wo bist du hin? Oh mein Gott, Leute. Leute, seht ihr das? Ich kille. Ja, ich komme, ich komme. Ich heile mich mal wieder. Au, ich hätte erfolgt. Hilf mir. Hinter uns. Vor uns. Rechts, links. Oh, oh. Ja gut, aber du lebst, du lebst. Was machst du? Au, jetzt hat sie mich erwischt. Die Sau. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, die haben ganz schön getrunken. Die Sau. Voll auf den Support gegangen. Ich bin auf dem Weg zu euch. Tag, tot. Oh mein Gott. Wo seid ihr überhaupt? Komm weg. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich echt so an diese First Person gewöhnen. Das ist so... What? Ach, das ist mein Ulti. Ich bagger hier. Okay, das wusste ich nicht. Ich wollte einfach mal mein Ulti einsetzen. Hallo, Heimler. So. Au, meine Leute sterben. Nein, nicht sterben. Fuck. Ich bin getäubt. Und kaputt. Was ist der Einsteigerfreundlich? Das Spiel? Witzig. So, was müssen wir jetzt noch? Vier Minuten verteidigen. Ist das richtig? Und dann haben wir es geschafft. Halten die Fracht auf. Ja, aber die machen das leider. Ah! Ah! Niederlage. Was? Niederlage? Wir haben verloren. No. Wo kann ich jetzt sehen, wie viel Kills ich gemacht habe? Vielleicht jetzt hier? Highlight des Spiels. Jetzt ziehe ich mich nicht über das Highlight von Janice. War aber auch nicht das Highlight. Das hat er gemacht. Boah, lass mal. Wow, großartig. Großartig. Wow. Ich hätte auf Leute geschossen. Ja, ganz toll gemacht. Mehr Highlight gibt es leider nicht, glaube ich. Oh, guck mal. Du hast gut geheilt. Ja, hoffentlich. Das ist ja meine... Ja, wo kann ich denn jetzt bitte sehen, was ich an Kills gemacht habe? Ja, guck, 22% des Teamschadens geheilt. Beeindruckend. Ja, Manni, was los? Und? Fast Level 2. Ich bin noch in der Bahn, was? Ach so, wir könnten jetzt im Team bleiben mit denen. Das wollte ich... Ach so. Sind wir jetzt mit denen noch im Team? Von ihnen, weil wir so gut zusammengespielt haben. Hm, großartig. Ja, auf jeden Fall, weil wir haben auch gewonnen. So, ich spiel nochmal Mercy. Ich würde jetzt einfach den dicken Nummer spielen. Ich spiel auch einen anderen dicken. Weil ich einmal gerade mal... Wer ist denn... Vielleicht aus dem Chat vielleicht jemand? Wer ist denn von den Tanks im Moment gut? Nein, ich meine Mercy. Ah, die doch nicht. Ich dachte, ich meine Mercy ist schon weggenommen. Boah, was für behinderte Musik manchmal. Das geht ja gar nicht. Die VA nimmst du. Ach nee, das gibt's ja gar nicht. Du bist da hinten. Und? Du hast ja noch gar keinen ausgesucht. Ach, ich bin halt schon bei Mercy weggepickt. Dann nehme ich jetzt hier die anderen, die ich cool fand. Saya nehme ich. Ich bin halt bei Mercy weggenommen. Gemeinsam sind wir stark. Was kann denn ein Saya? Was gibt's dann zum Glas? Was? Wir sind strahlend. Die DVR? Wie ist das dann? Wie gesagt, das erste Mal seit langem wieder. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. So, was kann ich mit E machen? Ich sehe überhaupt nichts. Komm unter meinen Schild. Wo kann ich mit dem Schild geben? Wir sind das Team der Dicken. Geht schon. Um es nur Steckdose. Hä? Ich bin doch nicht inaktiv. Was soll das denn jetzt? Hast du ja keinen Helden ausgesucht. Ja doch. Ach, der ist schon ausgewählt worden. Der ist doch eben auch. Ist mir nicht aufgefallen. Dann nehme ich mal den Shotgun-Typ. Weil der Baller, der alle wegkommt. Ich glaube, schießen ist immer einfach. Hier, kriegst du ein Schild. Oh, danke schön. Aber lieb. Schlaf gut, meine Lieben. Geh ins Bettchen gehen, sorry. So, wir sind im Angriff. Läuft. Wir sind im Angriff. Ist das der Angriff? Na so, jetzt will ich was sehen, dicke Schweinchen. Ich gebe dir ein Schild gleich, wenn es losgeht. Und dann haust du die alle kaputt, okay? Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, es ist so entschuldig. Alter, ich werde von irgendwo angeschossen. Ich habe keine Ahnung, woher. Ich bin einfach schon gleich tot. Ah, da kommt er hier. Oh, shit. Ich muss ja voll nah dran. Ich verstehe auch nicht genau, wie die Waffen funktionieren. Ob es da irgendwelche Kombinationen gibt, dass ich wehe. Bei Unreal gab es mit so einer... Ah, geh weg. Gestorben. Killed. Zack. Wo ist mein Heal? Ach, ich habe mich nicht totgeportet. Das Gegner anzieht. Partikelbarriere. Schalt es mir um dich herum. Umschalter. Für Genji ist es noch ein bisschen zu früh. Ah, okay. Okay, krieg mal alles hin. Das hat nur eine kurze Reichweite mit Energiestrahl. Das andere ist so eine Energiegranate. Was? Achtung. Der andere hat Achtung gesagt. Oh Mann, wie die da einfach alle stehen. Zum vier. Kann nichts machen. Was macht eigentlich der Atisi? Der heißt in Andres. Ach Mann, wie viel so krass. Den Soldier soll ich ausprobieren. Okay. Brauche ich jemanden, der mich mal heilt. Das ist gut. Der ist nämlich gerade gestorben. Der kommt auch wieder mit mir. Zack. Ah, Sauber, ich wird geheilt. So. Jetzt habe ich mein Ulti. Ich habe bestimmt irgendwas okay gemacht. Ich habe auch ein Ulti. Ich habe einfach angesetzt. Ich bin so gut. Ich habe auch ein Ulti. Was gibt es? Ich muss mal alles ausprobieren. Jawohl, ihr habt euch alle da reingeballert. Nein, wir haben gestorben. Der Ulti sah aber gut aus. Ich habe vier Leuten gestorben. Korten und Ulti. Wenn wir irgendeine Kombo mitmachen müssen. Ich habe die alle auf so einen, auf einen Feld. So ein Black Hole gemacht. Black Hole. Äh, bei mir läuft man nicht so. Bei mir läuft man nicht so. Achso, ich drück mal das. Ich komme auf die First Person Sache nicht so klar. Ach, Mann. Ach, bin ich weggefunden. So ein Dummy. Der kotze sie mir. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas richtig mache oder nicht. Das sitzt hier. Hm, geht mir auch was. Ich versuche halt, obwohl ich Shotguns habe, immer noch von Weitem drauf zu schütteln. Das war auch verdammt sein. Wie noch 60 Sekunden? Müssen wir in 60 Sekunden irgendwas schaffen, was wir nicht schaffen? Irgendwie ist der Typ voll gut. Wir müssten dann irgendwie mal anscheinend da reinkommen. Ach, Mann. Ach, das steht so... Nein, betäubt! Ich bin auch noch auf alles verlagert. Nein, ich bin gestorben. Verdammt! Ich bin mit da. Ich bin leicht angetrunken. Nein, wer, was hast du denn gemacht? Was war da denn los? Wir haben nur noch 20 Sekunden, glaube ich, um den Zielpunkt anzugreifen. Klar, das wird nichts. Ja, wir werden verkacken. Das ist eure gerechte Straße. Das ist leider verloren. Ich muss erst mal drauf klarkommen müssen. Das können... Au! ...die Fähigkeiten übersichtlich. Oh, ich bin tot. Ich bin tot gefallen. No! Nein, heute spielt keiner mit, weil so gut spiele ich noch nicht, dass ich dann Lust habe, mit noch Besseren zu spielen. Highlight des Spiels. Highlight des Spiels. Oh mein Gott, da steht ja einfach nur in der Ecke und ballert alles auf. Da stand ja auch richtig gut da. Ich weiß nicht, wenn man da so als stationäre Kanone rumsteht, scheint gar nicht so schlecht zu sein. Hm, scheint nicht gut zu sein. Zum Verteidigen. Oh, guck, ich habe irgendwas gut gemacht. Ich bin erst von unserem Team bin ich, bin ich, äh... Ich bin Noob. Ich bin Noob. Ich probiere es auch mal, weiß ich nicht. Was haben wir denn noch? Level 2! Level 2 erreicht! Lootbox erhalten! Jetzt geht's los! Oh Gott! Der Lootbox-Wahnsinn. Ja, gut spielte. Ich weiß gar nicht, welches Level ich habe. Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal gespielt. Willkommen in Oasis. Oasis. Kein der, der begrabt dich heute lieber. Was spiele ich denn jetzt mal? Was offensiv ist vielleicht einfach zum Schießen? Und das... Oh, wurden wir gekeckt? Hä? Ich habe noch nicht mal was ausgewählt. Ja, wird schon sein Sinn haben. Dann probiere ich mal den Soja. Auf Empfehlung von meiner Freundin. Genau, Soja wurde mir auch empfohlen im Twitch-Chat. Oh, der läuft voll schnell. Oh, ah, oh, naja. Dann nehme ich Tracer. Die ist irgendwie putzig. Weißt du, was grühen? Übungsgefecht wird weiter nach Match gesucht. Okay, die kann sich immer so... Ah, okay. Hat sie da Aufladung von? Ah, mehrere. Okay, was ist E? E ist irgendeine Art Zurückspulen. Ach, ich kann mal mit F1 gucken, was die so kann. Impulspistolen. Eine mächtige Haftbombe mit Q. Warp, kurzer Teleport, kurze Zeitreise. Die Standorte und Trefferpunkte zurücksetzen. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, die Kanone gefällt mir. Hat ein bisschen was von den Plasma-Waffen aus Craig III. Okay. So ein bisschen. Vom Sound, aber nicht vom Projektil. Ha, sowas kann ich auch noch machen? Sind wir denn jetzt auch in einer Party? Äh, ja, oder? Wo kann ich denn irgendwas sehen überhaupt? Ich bin ja in so einem Übungsgefecht jetzt gerade. Wobei er weiter nach einem Match sucht, sagt er mir. WOP, die UIT ist. Richtet die Waffe automatisch auf Ziel und im Sichtfeld. Alles klar. Ach, der Soldat. Ja, das habe ich vorhin im Tutorial gesehen. Wo kann ich denn gucken, wer... Ich habe keine Ahnung. Ob wir in der Party sind. Freunde und Gruppen da. Ah doch, sind wir noch. Passt alles. Mein Team. War die ganze Zeit hier. Au! Ah! Das war aber nur das Übungsmensch. Wo ich jetzt abgeschossen. Die Sau. Während ich mal im Menü bin. Tracer ist ja auch ganz cool. Irgendwie. Und nochmal. Wo seid ihr denn überhaupt in diesem Übungsmensch? Mensch, ich stehe gar nichts mehr. Da bist du. Hi. Ah, ich habe... Oh, ja. Schön. Hab dich gerade gesehen. Das ist voll cool. Guck mal, wenn ich klein auf die Zeit zurücksprung, guck mich mal an. Weil ich mich jetzt hier so bewege. Und jetzt spüre ich mal die zurück. Oh ja. Wie witzig. Das ist cool, oder? So vermovable. So. Wo sind denn jetzt die Gegner? Jetzt sucht der irgendwie... Er ist hier. Was sind die überhaupt Gegner? Hey, ich wollte gerade... Was ist das? Das ist so ein Übungsding. Während er ein Match sucht, kann man praktisch so ein bisschen rumlaufen. Das ist keine richtige Runde. Ich habe mich schon über meinen Kill gefreut. Ich bin so ein Verteidigungsstellung. Ja, ich bin so ein Verteidigungsstellung. Ich bin so ein Verteidigungsstellung. Ja. Yes. Ich bin kampfbereit. Keine Tanks, keine Heiler. Ja, hervorragend. Oh Mann. Weil aber auch jeder das spielt, was er möchte. Sehr frech. Das muss ich doch wieder. Das muss ich Mercy spielen. No Mercy. Keine Heiler bis jetzt. Ach doch, da haben wir... Doch. Haben wir doch. Wir haben so einen mittleren Heiler, glaube ich. Das ist vielleicht nicht wieder heiß. Nur ein bisschen geguckt. Der ist bei den Supports dabei gewesen. Dieser Eisenkopf. Da machen wir einfach zusammen Action jetzt. Und verkloppen die. Ja, ich bin für verkloppen. Da bist du echt... Wir bleiben mal ein bisschen zusammen. Wir können auch hier durch den Tunnel gehen. So, schauen wir mal. Um ein Spiel zu gewinnen, wäre schon cool. Die Verteidigungspositionen sollen wir einnehmen. Wahnsinn. Okay. War das okay, Dad? Von mir war das denn die Stimme. Gerade. Der die Stimme von dem Bruce Willis. Wie der Synchronsprecher heißt. Ich habe den Sound von Spiel komplett aus. Ach so. Wegen höre ich die Stimme gar nicht. Die loben sich aber irgendwie die ganze Zeit gegenseitig gerade. Die May hat mich gerade gelobt. Und ich habe ihm... Der May Komplimente gemacht. Genau, alles hier kaputt schießen, hucken. Das musst du verteidigen, okay. Kommt doch die falschen Felden zu. Hätte ich auch diesen Maschinengang-Typen nehmen sollen. Eins. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Bei mir schreibt keiner in den Twitch-Settiment geschrieben. Er hat länger gebraucht, um das zu verstehen, was du in zwei Matches schon eben richtig gemacht hast oder so. Wer? Der T-Map meint das bei mir. Lol, was ist bei den Affen kaputt? Oh, das ist ein bisschen die Menge geballert hat. Wie geil ist das? Wer macht denn diese Eiswände? Wie weit geht das? Das ist ja voll geil. Sagen wir das? Lol, alter, läuft voll rum. Ja, verteidigen. Bin ich denn vielleicht nicht mehr, was zu machen? Nun war der Heiler, ne? Au. Zurückspulen? Jawohl, HP zurückgespult. Nice one. Oh nein, wurde er eliminiert. Hab ich nicht gemerkt? Mein Ulti war fast ready. Nein, fünf Sekunden. Ich bin noch eine Weile tot. Die dürfen nicht unseren Punkt einnehmen. Alter, wie schnell bist du bitte tot? Der hat mich mit einem Pfeil und Bogen gekillt, die Sau. Was geht ab? War ja gar nicht drauf klar. Nein, nein, nein. Die nehmen unseren Punkt ein. Nein, ich bin doch geschottet. Das fing so gut an. Oh, ich sollte auch einfach ein Sniper spielen und irgendwo auf dem Dach stehen. Ach, Sniper ist langweilig. Nein! Ich hab nicht recht gespult. Das ist für manche anscheinend eine Befriedigung. Okay. Das ist wie Low Priority in Dota 2 hier. Jeder pickt einen Carry und macht irgendwelchen Quatsch. Wo war die Stingelbläden? Was war das noch mal? Ach, Haftbombe. Okay, krieg ich hin. Alter, gehen die Einen auf die Eier. Alter, Alter, bitte lass mich. Ich glaub, ich geh grad zurück hier in die falsche Richtung. Oh, ich bin doch tot. Haben wir keinen Heiler, wenn ich mal so blöd fragen darf? Läuft. Ach, ich hab's ja zum Kotzen. Ach, ich hab ja so'n Heal. Verdammt. Vergess mich, Leute. Ah, Druckspuren. HP. Oh, du bist du auch gerade ein Déjà-vu? Overwatch ohne Toren sind voll. Ist eigentlich so, als würden sie schleichen. Das ist mir eigentlich voll Wurst. Ich hab mich im Heilung. Au! Dieser komische Totenkopf. Heino. Das ist so'n Emo-Peld. Das nehmen nur so zwölfjährige Edge-Lords. Die irgendwie so'n Quark spielen. Der sieht ja furchtbar aus. Den würde ich im Leben nicht spielen, so wie der aussieht. Ist ja furchtbar, der Typ. Ha, ich hab einen eliminiert. Ich werd' bescheuert. Aber man kann auch noch während des Spiels einen Helden geben. Au! Da hab ich einen Headshot bekommen, glaub ich. Ja, Killcam von der Widow. Wenn der Samstag im Meltdown am Start ist. Ich scho' mir nötig. Wir sind im Meltdown. Ich hab'n Zuschauer, der K-Range, der spricht nicht mal Deutsch. Mhm. Finde ich voll krass, dass er bei mir immer zuschaut. Oder öfter mal zuschaut. Wie gesagt, der spricht halt überhaupt kein Deutsch. Und der ist grad ganz begeistert von... ...von, äh... ...von unserem Spiel. Ja, wir spielen so gut. Komm, kann ich rein. Oh, dieser dicke Affe, Alter. Also, so ein Heal wär schon geil. Au! Holy soup! Goll, ich bin einfach irgendwo runtergefallen. Das ist, glaub ich, der Hanso. Das ist der andere, der irgendwie verschrien ist. Hanso-Main. So. Ja, Himda, wenn du deins Smurf nimmst, dann kannst du mitspielen. Ja, ist okay. Nein, was Niederlage? Oh, mein Gott. Weil, wenn du Heiler spielst, dann könnt man vielleicht ne Chance haben. Highlight des Spiels. Lol. Ach, ich war das... Der andere, der andere Soldat. Ich hab mich grad so gut gefühlt. Ich dachte so, okay. Das hat er mir gemacht, der hat Leute getötet. Naja. Ah, guck, du bist dabei! Oh, wow. Drei erhalten Goldmedaillen. Geil. Beeindruckend. Schau mal, wir laden uns mal noch einen ein, der zumindest vielleicht ein Heiler spielen würde, das wäre schon ganz gut. Können wenigstens Ruhe die Helden lernen. E-Silber-Smurf, du hast auch grad gesagt, du hast einen auf Level 1. Ich kann keine Reihen nehmen, die zu extrem sind. Wir sind einfach noch zur Kacke dafür. Ach, wir probieren erstmal verschiedene Helden aus. Möglich, die spielt wieder noch nicht. Was machen wir denn jetzt? Hi Reaven. Tracer war eigentlich noch... Das ist dieser Reaper. Furchtbar, wie er schon aussieht. Und das ist der andere, Hanso. Ich spiele nur Reaper. Das wird der einzige Reaper-Hanso-Stream hier. Irgendeinen Main braucht man ja. Ja, aber bestimmt nicht. Also, was ist er? Seid ihr jetzt jemanden Smurf oder nicht? So, wen spielst du denn? Hä, warum bist du denn überhaupt nicht mehr hier in dem... Ja, ich sag's ja grad... Äh... Bist du da? Musst du mich mal wieder in die Gruppe anladen. Ihre Sicherheit ist mein oberstes... Ah, du bist abgehauen. Versuch's mir hier schon abzuhauen. Mit wird verlassen. So. Freunde und Gruppen. Da. So, willst du noch mal mitspielen, oder was? Hm, scheint wohl nicht so. Na gut. Start mal eins. Die dauern eh nicht so lange. Nee, das geht ja mal relativ fix. Gott, wir haben's einfach gleich schon. Ey, ey. Wollen wir mal der Abend immer so schnell rum sein. Da ist der Heim da. Soll ich ihn einladen? Ja. Tu das mal. Ich weiß zwar nicht... Level 30, na dann. Ja, und der hat schon viel... Oh mein Gott. Na ja, mein Gott, kostet ja nichts. Kann man erst mal nehmen. Ewa. Mal gucken, wie dann das Gegnerteam so drauf ist. Ich sah ja, fand ich eigentlich ganz cool. Aber der hat selber noch ein Schild. Irgendwie hätte ich ganz gerne tankt, der... Hm. Hier müsste irgendwie noch mal ein paar Informationen stehen über den Helden. Was kann denn die V.A.? Was kann denn... Guck mal die V.A. mal an. Ich werde jetzt einfach den Soldier noch mal spielen. So, was kann die denn? Die hat eine Fusionskanone, die V.A. Ultimative Fähigkeit Selbstzerstörung. Mhm. Ultimative Fähigkeit Mech anfordern, was? Zweimal. Lässt sich einen neuen Mech steigen. Okay, dann macht man das anscheinend. Wechselt man den Mech, der alt explodiert. Booster, Blickrichtung fliegen, Defensivmatrix, Mikroraketen mit E. Oh, das klingt gut. Das Movement ist ja geil. Ist ein bisschen langsam. Okay. Ist der Crewdown da auch? Er ist ja nur ganz kurz. Muss ich wieder aufladen? Oder muss ich jetzt so stehen bleiben? Jetzt hat der Genji gedacht, ey. Aber mir verstehe ich ja noch nicht ganz den Defensivmatrix. Genji, Schatz, wie lange sitzt du denn? Wo seid ihr denn überhaupt? Oh, wir sind so ein bisschen irgendwo auf der Map. Aber wo? Ein paar Leute abknallen. Ich weiß es nicht. Ach, da seid ihr. Ich geh euch. Es gibt ja nicht mal eine Map. Es gibt ja nicht mal eine Map. Ich bin die ganze Zeit nur im Weglaufen. Ist ja geil, der Boost. Der Hook. Haben einen weggekloppt. Können wir jetzt ein Spiel anfangen? Der sucht halt noch. Die haben einen Mercy verhauen. Der Mundpate ist eliminiert. 600 HP. Ich muss schon mal jetzt schon mal einen Heiler haben. Der hat schon mal ein bisschen Erfahrung. Okay. So, jetzt gibt's ein Match. Willkommen in Junkertown. Tintan. Ah, ne, Titan, sorry. Titan, Dizzy. Wählen Sie Ihren Helden. Digest. Was? Werd Level 430? Ich dachte, Level 30. Wut? Man sagt Level 430 bei mir im Twitch. Äh, wie dann auf einmal auch so Level 31er und 79er drin sind. Autsch. Autsch. Ich glaube, wenn wir als Höherlevelige in der Party haben, dann sind dann auch anderswo noch. Naja, wir probieren ja eh nur rum. Für uns macht das ja keinen Unterschied irgendwie gerade, glaube ich. Mal gucken. Achso, ein Stern ist ein 100 Level. Deswegen sind es 430. Puh, ich spiele mal Apple. So, was sollen wir jetzt machen? Begleiten. Das ist eine Escort-Mission. Okay, ist da irgendwie so neu? Genau. Oh, was bereitet den Angriff auch eben? Natürlich. Man kann ja auch irgendwas gegen eine Wand sprayen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Okay, wenn es gerade erst benutzt war, dann lädt sich der Schild jetzt eine Weile auf. Man sieht aber nicht, wie er sich auflädt, leider. Das ist geil. Ich bin ja dieser Meg, dieser Roboter. Wenn ich so nach vorne fahre. Nee. Das ist voll der Hammer. Wie sieht denn hier von außen aus, mein Charakter? Das sieht schon lustig aus. Also ich meine, bleib mal stehen, so wie sie da drin sitzt, ist schon geil. Und jetzt so. Aber ist das jetzt keine gute Idee? Hä, wie? Wo ist das? Ah! Oh nein, wir werden einfach schon direkt hin. Geht's ja gleich los. Ja, wir eskortieren das schon mit uns schon. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ich werde jetzt... Oh, ich bin wiederbelebt. Crazy. Ja, der Heimdall heilt mich gerade, aber ich seh's gerade nicht, wo die Gegner prinzipiell herkommen. Das ist ganz schön hart. Ich wurde einfach von irgendwo abgeballert und ich hab's nicht gesehen. So, den schönen Salve reingebügelt. Alter. Du bist so crazy. I don't know. Geht's mal unten lang. So, wo sind die Spinner? Zeigt euch. Ich hab keine Übersicht über diese... Also es gibt auch keine... Ah! Muss hier raus, hier wieder! Ich muss hier irgendwo angeballert und das von hier... Hier rechts aus der Gasse kommen die Spinner. Oh, ich hab... Zeigt euch, zeigt euch. Ich wurde gerade von Genji weggemacht. Au, da ist es. Ich begreife die Wacht, weil wir sie in den Weg sind. Ah, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis... Ich hab keinen Mech mehr. Ich glaub ohne Mech rum, das ist scheiße. Jetzt muss ich hier erstmal ein Ulti aufladen, dass ich wieder einen Mech anfordern kann. Bist du eine wehrlose Frau. Sieht so aus. Ich komm nicht klar, der Genji ist so extrem. Dann hab ich die ganze Zeit von hinten weg. Komm nicht mal zu euch. No! Ich hab mich einfach wechseln. Ich werd wiederbelebt. Oh, sauber. Aber ich werd natürlich nicht mit Mech wiederbelebt. Den baut er mir nicht wieder zusammen. Kein Bock, das wär wieder von Genji rum. Jetzt war mein Ulti grad bereit. Jetzt hätt ich gleich meinen Mech wieder rufen können. Alter, Alter. Was ist das? Ich begreife die Wacht. Ich komm gar nicht weiter. So, wo seid ihr Kinder? Ich hab die ganze Zeit nur weggemacht. Ja, ich glaub, jemand schaut auch aus dem Twitch-Chat gerade. Dadurch, dass wir den Heim da dabei haben, ist das... Wären die Teams dann sehr unausweilig. Ja, ich werd einfach weggerotzt. Oh, ich bin einfach nur am sterben. Ich komm gar nicht dazu. Überhaupt irgendjemand nicht zu fokussieren. Da ist er schon wieder. Au. Was ist das für ein Scheiß? Ich glaub, die anderen sind ein bisschen besser dadurch, dass die... Minimal. Dass das Team halt so unausweiligend ist, dann glaub ich. Oh, Mann. Der kommt gleich wieder von hinten. Ich hab so Angst. Der hat einfach hier in der Ecke stehen. Ich weiß ja nicht, wohin und wo vorne ist. Ja, das stimmt. Ich geh ja nach vorne, das ist für uns der Gegner. Aber der kommt auch von hinten. Und der kommt nicht alle weg. Da kommt der schon wieder. Sißt du? Ja, die Sau. Nein, das tut... Das hat doch nicht mehr gekriegt. Es fehlt die Gräse. Wie krass der den spielt. Ich komm nicht drückt, ja. Wo ist denn die Sau? Aber jetzt hätte ich mir eine gute Salve gelandet. Nein, nein, nein! Ich hab das mit dem Ulti jetzt noch nicht ganz geschnallt. Wenn ich im Mech sitze, dann kann ich von alleine aussteigen. Das ist auch um ihr Schwachsinn. Ich verstehe die Fähigkeiten noch nicht ganz. Ach, Alter. Also ich würde einfach mal hart behaupten, das macht gerade keinen Spaß. Ich glaube, wir müssen gleich jetzt mal wieder auf jeden Fall so eine Anfängerparty machen. Ich glaube, das meint gerade jemand, das Matchmaking wird halt einfach verzerrt, wenn wir jemand zu Gutes dabei haben. Und dann sind die Gegner auch besser. Kommt jetzt das Spiel, da kommt jetzt vier von hier hinten. Das macht er immer, die Sau. Ja, das ist schon Genji-Geschichte. Musst du alles voll im Auge behalten. Der Typ eigentlich von überall kommt. Der kämpft wahrscheinlich auf die Maps und so. Nein! Ah, ich bin gefangen. Jetzt noch mal was. Okay, ich kann auch alleine aussteigen. Ey, der macht mich die ganze Zeit weg. Das ist doch nicht normal. Und jetzt? Der fokust mich so extrem. Ich bin anscheinend zu ihm aus dem Wechseln. Nee, Leute, ich bin mega moot. Mega moot. Du klingst so traurig gerade so. Ja, du glaubst gar nicht, wie oft der Genji die ganze Zeit von hier hinten kommt und mich tötet. Die ganze Zeit. Das ist nur er, der mich tötet. Der mag dich anscheinend nicht. Oder mag dich, je nachdem, wie man es sieht. Der weiß, ich bin nix. Boah, was ist denn hier los? Ich nehme gleich einen Tank, ey. Da will ich wenigstens ein bisschen leben. So, jetzt gibt es euch wieder eine Raketensalve. Ich bin so schiss, dass er wieder von hier hinten kommt, ey. Ja, ich bin schon so haarlos. Kommt das nachher noch von, wie Genji bei dir vorbeikommt und gesucht. Ja, ich meine, wir stehen als Team und dann kommt er einfach und stötet mich. Alter, da ist er schon wieder. Mann, das ist so ein Kotzen mit dem. Ah, ah! Der macht das mit Absicht. Ich glaube, der macht das mit Absicht. Ich glaube, der macht das mit Absicht. Ich habe meinen Stream oder so. Da hatte ich gedacht, die fackt jetzt noch ich mal ab. So, ich brauche meine Raketen gleich wieder. Ich brauche meine APM anzunehmen. Ah, ich glaube, der hat die Granate rungen geflogen. Ich bin so schlecht. Da ist er schon wieder, ey. Verkiss dich. Nein, nein, nein. Mein Mech. Ich habe meinen Mech kaputt gemacht, die Säcke. Da kriege ich einen Hirn und einen trockenen Tod. What? Beine. Muss ich mal ein bisschen warten, bis ein neuer Mech wieder für mich da ist. Ah, der wirft die ganze Granate in die gleiche Ecke einfach, der stumpe Typ. Ich will da einfach nur raus und der schmeißt ganze Granate in den Gang. Wie so ein... Hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Oh Gott. Oh, ich habe mich vergesst. Das ist so peinlich. Wir müssen, glaube ich, einfach mal auch so ein Duo machen. Mit Heiler und du musst dir einen von den Tanks vielleicht suchen, die du geil findest. Die DVA ist eigentlich geil. Vielleicht gefällt dir die. Ach stimmt, ich habe ja gar keine... Also, so langsam wird es eintönig, wenn ich... Ja, ich bin schon ein Glück, das war ich zu. Jetzt reicht. Jetzt wird es trocken. Okay, mal. Hä? Ah, ich werde wiederbelebt. Okay, jetzt manchmal kann ich mal ein paar Sachen. Werde ich einmal wiederbelebt, wenn ich sie nicht will. So, wo sind die? Das sind jetzt... Kommen die aus einer anderen Ecke, glaube ich. Wer ist das denn mit diesem riesigen Schild? Und wie funktioniert das? Kann man den durchschießen? Kann man den kaputt schießen? Man kann das Schild irgendwie... Ja, hält der ein bisschen was aus und man kann den... Und, 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 explodier! Der zunächstens mein Mech noch mitten in den Gegnern explodiert. Ich bin jetzt ein Tank, ich habe die Schnauze voll. Ich bin jetzt ein Tank, ich habe die Schnauze voll. Aber ich glaube, wir schaffen es. Die Fracht ist fast am Ziel, wir gewinnen trotzdem das Spiel. In dein Ernst? Ja. Ach so. Wo war oben, ich glaube, ja. Und her, ihr Schweine. Nein, 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 ich bin schon wieder mal ein Mech kaputt gemacht, die Drecksäcke. Ah, und mich auch. Jetzt bin ich ein Tank und sterb durch den Tank. Wenn du Genji nicht magst, dann sollst du Mai spielen, das ist der Counter, oder? Mai? Mai. Das ist die Brille. Mhm. Du spielst doch gerade diesen Affen, oder was? Ja. Wer ist der, Wilson? Winston? Er macht nur einen Nahrschaden. Ja, 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 genau. Kann ja nicht wahr sein, die muss da irgendwie Damage raus holen, die muss. Man kann ihnen ein Schild kaputt schießen, meint jemand. Aber das dauert dann ganz schön lange, der hält ja ganz schön was aus. Komm, den Hammer! Jawoll! Blöde Sau. Ich bin beteiligt. Weggeschossen. Dass der Reinhardt hier mit dem Hammer, ich glaube, ja, ne? Der scheint auch ziemlich gut zu sein. Vielleicht ist der ganz gut. Ich glaube auch. Auf jeden Fall zwingen sie das gerade zurück. Verlängerung. Als ob wir das gewinnen. Gibt es nicht. Niemand kommt der Jäger. Okay, der hält echt was aus. Wie ich einfach dastehen. Wie ich schlafe. Ich habe gar nichts anderes erwartet. Ach, du bist so negativ. Ich spüre eine deutliche Verbesserung. Ja, aber alter. Ja, genau. Ist ja klar, dass der... Schau, pass auf, wie oft ich jetzt einfach wegen dem gestorben bin. Ich bin bestimmt dabei. Da. Nee, doch. Okay. Alter. Das ist heftig. Der war krass. Ich sag's dir, jedes Mal von hinten weggemacht, der Schlingel. So. Ja, aber es ist vielleicht, glaube ich, wirklich besser. Wir müssen die Gruppe verlassen. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn wir das nochmal nicht so hochlevelig in der Gruppe sind. Das ist das halt Problem, was ich meinte, wenn der Heim da mitspielt. Das stimmt. Das machen wir lieber ein andermal. Ja, also dafür bin ich halt echt jetzt ziemlich scheiße. Das kann sich keiner geben. Du musst, du musst, du musst jetzt mehr positiv. Das wird alles jetzt super, glaube ich. Ja, gegen Loops ist das was anderes, aber das merkst du direkt, wenn das mit Leuten zu tun hast, du hast hier 10.000 Level über dich und das Spiel schon die ganze Zeit spielen. Deswegen, du musst jetzt aus der Gruppe raus und dann probieren wir es nochmal mit Noobs. Gegen Noobs. Und wir im Twitch-Chat schreiben schon nicht, du bist, wir sind nicht zu scheiße, wir sind halt unerfahren. Das stimmt auch so. Am Anfang kannst du halt nichts. Naja, zum Zugucken ist das wahrscheinlich. Bei mir jetzt zum Beispiel, das hättest du mal sehen sollen. Aber bei mir sah es auch nicht besser aus. Wir haben auch rumgeeiert. Das war eine Deathstreak. Du musst aus deinem Match jetzt raus nochmal, Maria. Aus dem Match raus? Ja, du musst aus dem Match raus, dann können wir nochmal neu suchen. Aus allem raus. Dann kannst du mal die Mai probieren. Vielleicht ist die ja cool. Irgendwie sagt, ähm, sagt, ähm, sagt, ähm, sagt mein Chat, dass sie nicht schlecht ist. Und mein Chat sagt auch, dass der Sound wichtig ist. Aber das, ja mein Gott. Am Anfang schneidet man jetzt eh nicht, was der Sound einem sagt. Ach so, okay, ja, dann mach ich nur heute ein bisschen. Ah, ich dachte heute wegen der Musik. Oh, leu, ich hab das Spiel komplett beendet. Bei mir steht immer noch im Match Schnellsuche. Naja, das wird er, glaube ich, vielleicht richtig finden. Naja, probieren es einfach gleich nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.